Die beste Fernsehunterhaltung kommt heute aus dem Internet. Telekom Entertain, Maxdome, Apple TV, Spielekonsolen und Blu-ray-Player benötigen eine Verbindung zum Internet. Aber auch kabellose Geräte wie Notebook, iPhone oder iPads brauchen einen stabilen Webzugang. Aber wie kommt der DSL-Anschluss in Ihr Wohnzimmer? Ganz einfach, mit dem DEVOLO DLAN Home Multi-Connect Set erhalten alle internetfähigen Geräte im Raum eine optimale Verbindung. Es ist besonders einfach zu installieren und transportiert das Signal störungsfrei zu den gewünschten Geräten, zum Beispiel im Wohnzimmer und das in bester Qualität. Ganz egal, ob Sie Ihre Geräte wireless oder direkt verbinden wollen, der Multi-Connect Adapter ermöglicht optimale Übertragungsqualität für Notebook, Smartphone oder iPad und verfügt zudem über drei Netzwerkanschlüsse für die Internetversorgung von kabelgebundenen Entertainment-Geräten. DLAN Home funktioniert überall in Ihrem Zuhause, denn es nutzt die hauseigene Stromleitung als Verbindung. Schließen Sie den ersten Adapter aus diesem Set an Ihren DSL-Modem-Router an und stecken Sie ihn in die Steckdose. Den zweiten Adapter nutzen Sie in dem Raum, in dem Sie künftig beste Online-Unterhaltung genießen wollen. Fertig! Es ist wirklich so einfach! Machen Sie mehr aus Ihrer Unterhaltungselektronik mit der einfachen Verbindung von Devolo.